ich kann aber nicht immer alles aufnehmen was ich so zocke und wenn ich jetzt so sagen wie im period angefangen habe dann überkommt sich manchmal und da kann ich dann halt nicht immer die aufnahme nebenbei laufen lassen weil ich mit meinem geladen zum spiel nebenan meine frau auf den sack gehe oder meinem kind das schlaf macht oder weiß ja geil was und deswegen suche ich jetzt einfach mal nach der lösung was mache ich zusammen mit alexa alexa sucht nach einem programm zur protokollierung von videos suche läuft bitte warten programm gefunden soll ich es in die kommandofunktionen des refugium integrieren alexa ja bitte programm wird integriert es fragt nach einer kennung zur leichteren identifizierung wir machen ebp emergency berthetson protocol alexa eingabe bestätigen implementierung abgeschlossen soll ich es aktivieren ja aktivieren und dem autostatt hinzufügen initializing complete how may i serve you ja geil wohl ebp verfügst du über deutsche spracheingabe verfügst du über untertitelfunktionen ja bitte ebp was kannst du für mich tun ich kann protokolle all your gaming progress and play back it for your audience ja geilo dann schneid mal fleißig mit und danke für deine hilfe you're welcome i am here to serve you what title do you prefer nenn mich einfach ragnar okay do you have any order ragnar mitschneiden und form meine let's plays einführen as you command observation started ja supercool soll ich mir das vorgestellt alexa shut down verschlusszustand hergestellt alle systeme nominal zur reaktivierung stimmen autorisation erforderlich geiler scheiß abh